Ja meine Freunde, herzlich willkommen. Ich habe mich dazu entschlossen, nochmal ein Infovideo zu machen. Und zwar, ich wollte ankündigen, dass ich demnächst noch ein neues Videoprojekt starten werde. Ich habe mir Gedanken gemacht und habe in den letzten Tagen viel Informationsfluss von Bekannten bekommen, wo ich gefragt wurde, ja hier kennst du das Programm und kennst du dieses Programm und kennst du diese Seite, kennst du jene Seite. Kann man damit was anfangen, kann man die vergessen oder wie auch immer. Ja und ich habe mir Gedanken darüber gemacht und ich bin zum Entschluss gekommen, dass ich demnächst so ein kleines Videoprojekt starten werde. Da werde ich dann versuchen, einmal in der Woche, entweder auf Wunsch eures Vorschläge, also auf Wunsch von euch, dass ich was, also über was ich ein Video mache oder so selbst herausfinde, ein Do this oder Don't try this Video mache. Also das eine, wie es sich erklärt, da gebe ich Tipps für coole Seiten, geile Tools und so und hilfreiche Programme. Und in der anderen, sage ich mal, Video-Section mache ich, oder stelle ich diese Seiten vor, auf denen ihr euch irgendwelche, keine Ahnung, Malerware holt, irgendwelche Viren zieht oder welche Programme einfach für den Arsch sind oder K-Logger oder wie auch immer. Ja, ich werde das für euch testen bzw. rausfinden, da mein PC sehr, sehr sicher ist. Das sei mal nur mal so am Rand gestellt. Ich hoffe, wir können mit dem Projekt was anfangen. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir sehen uns dann bei der nächsten Let's Play TV-Erfolge. Haut da rein, ihr Peniskör.